Herzlich Willkommen zu dieser kleinen Präsentation. Es handelt sich um eine Wiederholung der Unterrichtsstunde zum Thema Deutschland im Winter 1919-18. Deutschland befindet sich in diesem Winter zwischen Reform oder Revolution. Was muss man als Teilnehmer eines Grundkurses Geschichte zu diesem Thema so ungefähr wissen? Darum geht es hier. Die letzte Offensive der deutschen Armee im Westen war am 17.07.1918 erfolglos zu Ende gegangen. Deutschland hatte seine letzten Ressourcen verbraucht. Die Amerikaner begannen nun massiv Soldaten und Material über den Atlantik zu transportieren und an die Front zu werfen. Die Lage der deutschen Reichswehr war damit aussichtslos geworden. Am 18.08. begann die Gegenoffensive der Alliierten, also Franzosen, Engländer und Amerikaner und es war dem Generalstab der obersten Heeresleitung des deutschen Kaiserreiches ganz klar, dass dieser Krieg nicht mehr zu gewinnen war. Hier sehen wir Erich Ludendorff. Das ist gemeinsam mit Paul von Hindenburg der Leiter der obersten Heeresleitung. Die beiden hatten Deutschland in einer Art Militärdiktatur regiert in den vergangenen Jahren. Sowohl der Kaiser als auch die zivile Regierung hatten sich stets diesen beiden Herren untergeordnet. Und nun treten sie zur Seite und machen den Weg frei für eine Verfassungsreform. Sie möchten nicht länger die Regierungsverantwortung ausüben. Man könnte das so sagen fliehen vor der Verantwortung des verlorenen Krieges. Es kommt dann im Oktober zu einer Verfassungsreform, die dazu führt, dass die Regierung nun dem Parlament verantwortlich ist, nicht mehr dem Kaiser. Ein neuer Kanzler wird berufen und zwar Prinz Max von Baden. Ludendorff, wie gesagt, ist der Meinung, nicht er sei schuld am verlorenen Krieg, sondern die Sozialisten oder die Arbeiter oder die Sozialdemokraten. Es kommt gleichzeitig in Deutschland zu immer mehr Meutereien, wilden Streiks, Protesten gegen den Krieg. Das Ganze wird sehr ernst für die Regierung als Ende Oktober auch die Soldaten der Marine zu meutern beginnen. Sie möchten nicht mehr den Befehlen ihrer Offiziere folgen. Die Offiziere dachten, dass jetzt die Marine, die noch weitgehend intakt in den deutschen Häfen lag, noch einmal auslaufen sollte zu einer ruhmreichen letzten Schlacht. In diesem Moment verweigern die Soldaten der kaiserlichen Marine den Befehl. Sie gründen Soldatenräte. Man sieht hier die Besatzung des Schiffes Prinz Regent Luitpold. Die halten da so zwei Schilder in die Kamera. Es war Soldatenräte, Rat, Sowjet, das ist ein Modell von Demokratie. Das heißt, es wird keine parlamentarische Republik oder Regierung angestrebt, sondern so eine Art Basisdemokratie, wo jede Ebene wieder neue Räte bildet, Delegierte wählt, die sich dann auf einem Rat eine Ebene vorher darüber versammeln. Ganz oben gibt es dann den obersten Rat, den obersten Sowjet, wo aus dem ganzen Land die Vertreter der Arbeiter und Soldaten sich treffen sollen. Also hier der Anfang dieser Umgestaltung Deutschlands. Die träumen einmal davon, dass nun endlich Frieden sein möge. Sie möchten heim zu ihren hungernden Familien. Und wie man auf dem zweiten Schild sieht, träumen diese Matrosen auch von der Sozialistischen Republik. Da steht es, es lebe die Sozialistische Republik. Das heißt, sie möchten eigentlich, dass das, was 1917 in Russland geschehen war, nämlich, dass der Zar, also der Kaiser, fortgejagt und dann auch ermordet wurde und die Bolschewisten unter Lenins Führung die Macht ergriffen haben. Das träumen sie sich auch für Deutschland. Am 9. November 1918, das ist ein Datum, was man sich merken muss, geschieht ziemlich viel auf einmal. Kaiser Wilhelm dankt ab. Auch der Kanzler, der letzte Kanzler der kaiserlichen Regierung, Max von Baden, tritt dann zurück. Er möchte nicht mehr Kanzler sein ohne seinen Kaiser. Friedrich Ebert, der wird nun zum Kanzler ernannt. Friedrich Ebert ist ein Vertreter der SPD, der größten Partei im Reichstag. Und Friedrich Ebert möchte verhindern, dass eine Revolution in Deutschland geschieht. Friedrich Ebert ist gleichzeitig auch der Chef des Rates der Volkskommissare. Das ist die oberste Vertretung oder der oberste Rat sozusagen der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte. Arbeiter- und Soldatenräte hatten sich mittlerweile überall in Deutschland gebildet. Und Ebert befindet sich hier also einmal an der Spitze dieser Bewegung von Arbeiter- und Soldatenräten. Andererseits eingesetzt vom letzten kaiserlichen Kanzler in einer Doppelrolle. Ebert hat sich nicht an die Spitze der Arbeiter- und Soldatenräte gesetzt, weil er die Revolution will. Paradoxerweise im Gegenteil. In Russland waren bei der Revolution alle Parteien, die nicht Lenin und den Bolschewisten gefolgt waren, also auch die gemäßigten Sozialdemokraten, entmachtet worden und befanden sich aktuell zu diesem Zeitpunkt in einem Bürgerkrieg gegen die Bolschewisten. Ebert fürchtet also offensichtlich, dass Deutschland diesen Weg geht und ist entschlossen, alles dagegen zu tun. Gleichzeitig wird an diesem 9. November, diesem denkwürdigen Tag, die Deutsche Republik ausgerufen. Die wird gleich zweimal ausgerufen. Einmal hier von Philipp Scheidemann vom Balkon des Reichstagsgebäude aus. Philipp Scheidemann, ein Vertreter der Mehrheits-SPD, der MSPD, wie sie heißt, genauso wie Friedrich Ebert, möchte er die bolschewistische sozialistische Revolution nicht, sondern er möchte ein sozialdemokratisches Deutschland. Gleichzeitig wird die Republik noch einmal verkündet, und zwar vor dem Berliner Stadtschloss, also dem Wohnsitz der Hohenzollern-Familie, von Karl Liebknecht. Karl Liebknecht ist ein linker Sozialdemokrat, USPD-unabhängige Sozialdemokraten, heißen diese Leute, nennen sie sich selber, oder auch Spartakusbund, eine radikale Abspaltung noch einmal, die wirklich die bolschewistische Revolution in Deutschland nun auch durchführen wollen. Also hier geht es um nichts Geringeres als um die Weiterführung oder sogar die Vollendung der Weltrevolution, erst in Sankt Petersburg und nun auch in Berlin. Vor diesem Szenario, wie gesagt, hat Friedrich Ebert und haben natürlich auch alle Vertreter der alten Eliten in Deutschland große Angst. Friedrich Ebert telefoniert am 9.11. mit dem Chef des Heeres, mit General Gröner, und diese beiden schließen einen Pakt. Ebert als Regierungschef Deutschlands verspricht also der Armee, sie nicht anzutasten. Die Armee verspricht, die SPD-Regierung zu stützen. Man könnte sagen, Ebert verbündet sich hier mit einem sehr prominenten Teil der alten Elite des Kaiserreiches, nämlich mit dem Adligen oder mit dem Offizierschor der Reichswehr. Das ist sozusagen ein Bündnis mit dem Teufel. Denn diese Leute haben sicherlich nichts mit der SPD am Sinn. Ob dieses Bündnis nötig gewesen wäre, das ist schwer zu beurteilen. Es trifft sich in Berlin am 16. Dezember der sogenannte Reichsräte-Kongress. Das sind die Vertreter der Arbeiter- und Soldatenräte aus dem ganzen Deutschen Reich. Und die beraten genau die Frage, um die es geht. Soll Deutschland den parlamentarischen, gemäßigten, sozialdemokratischeren Weg gehen und eine parlamentarische Demokratie werden? Das heißt, soll man eine Verfassung erst mal sich ausdenken, eine verfassungsgebende Versammlung wählen? Oder soll man Deutschland umgestalten nach sowjetischem Vorbild zu einer Räterepublik? Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die prominentesten Vertreter der radikalen linken SPD, hatten nicht mal ein Mandat errungen, waren hier nur als Zuhörer anwesend, was natürlich schon mal ein großer Misserfolg war. Auf diesem Reichsräte-Kongress setzt sich dann auch die gemäßigte Linie der MSPD von Ebert und Scheidemann durch. Von Räterepublik ist keine Rede mehr, die Abstimmung ist ganz eindeutig, 344 der Abgeordneten oder der Delegierten sind für eine verfassungsgebende Versammlung und nur 89 wollen eine Umgestaltung Deutschlands in eine Räterepublik. Wahrscheinlich hätte man also die Reichswehr gar nicht gebraucht. Aber das ist im Nachhinein natürlich immer leicht zu sagen. Die radikale Linke, hier haben wir noch einmal den Reichsräte-Kongress. Die radikale Linke, sehr frustriert, verlässt die SPD und gründet eine eigene neue Partei, nämlich die Kommunistische Partei Deutschlands. Die Gründer sind also Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die Gründung erfolgt am 31. Dezember bzw. 1. Januar, also um die Jahreswende herum. Die Nationalversammlung wird dann regulär gewählt, am 19.01.1919. Jetzt kann man sich fragen, warum tritt diese Nationalversammlung in Weimar zusammen? Die tritt in Weimar zusammen, weil in Berlin so eine Art Bürgerkrieg ausgebrochen war zwischen den Kommunisten, den Spartakisten, denen, die also die Revolution weiter treiben wollten, und der SPD, die unangenehmerweise die Hilfe der Reichswehr in Anspruch nahmen. Und noch viel schlimmer, Noske, der Volkskommissar für die Verteidigung, auch ein SPD-Mann, hatte mit der Reichswehr gemeinsam begonnen, Freiwilligenverbände aufzustellen, sogenannte Freikorps. Das waren Sammelbecken für nationalistische und kaiserliche Offiziere, die ziemlich mordlustig und brutal sich an diesem Bürgerkrieg in Berlin beteiligten. Unter anderem wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von diesen Männern brutal bestialisch ermordet. In Weimar war es ruhig, dort gab es kein Proletariat, es gab nämlich keine Fabriken, also konnte man sich da in Ruhe in dem großen Theater, was zur Verfügung stand, treffen und die Verfassung des Deutschen Reiches ausarbeiten. Diese Verfassung wird im Sommer 1919 fertig, sie heißt Weimarer Verfassung nach dem Ort ihrer Entstehung und darum heißt auch diese Republik dann Weimarer Republik. Die Mehrheit der Parteien, die für diese Verfassung sind, das sind die SPD, das Zentrum, die katholische Partei und die DDP, eine linksliberale Partei. Was ist nur die Bilanz dieses Winters 18, 19? Einmal kommt es zu einer Aufwertung des Militärs. Die Reichswehr, deren Zukunft nach dem verlorenen Krieg ungewiss war und die laut Versailler Vertrag dann ja auch erheblich abgerüstet wird, bleibt ein Machtfaktor im Staate. Sie weiß jetzt, dass die Regierung sie braucht. Sie leistet sich bei gelegentlichen politischen Unruhen auch einmal die Regierung einfach hängen zu lassen. Sie wird so etwas wie ein Staat im Staate. Die Arbeiterbewegung wird gespalten, dauerhaft gespalten. Die SPD und die KPD stehen sich unversöhnlich gegenüber. Die KPD hat im Grunde genommen bis heute der Sozialdemokratie nicht verziehen, dass sie die Revolution nicht durchgeführt haben, nicht unterstützt haben. Wer hat uns verraten? Das ist der kommunistische Slogan, mit dem die SPD immer wieder daran erinnert wird, dass sie in diesem Winter nicht die Umgestaltung oder die sozialistische Revolution mit der Linken gemeinsam durchgeführt hat. Diese Spaltung der deutschen Linken existiert übrigens bis heute. Auch heute ist es so, dass die Linke mit der SPD nicht so besonders viel anfangen kann. Die SPD hat in diesem Winter sozusagen die Deutsche Republik errichtet zwischen den alten Eliten und der KPD, also umgeben von Feinden. Sie hat sich verbünden müssen, oder sie hat sich verbunden, ob sie das musste ist unklar, mit der Reichswehr, mit den alten Eliten. Sie regiert in der Weimarer Republik mit einer sehr schwachen Wählerbeteiligung nur. Hatte sie noch 38 Prozent der Stimmen erreicht bei der Wahl zur Nationalversammlung, zur verfassungsgebenden Nationalversammlung, hat sie im Sommer 1919 nur noch 22 Prozent der Stimmen. Das heißt, sie geht sehr geschwächt aus diesem Winter hervor und ist, wenn überhaupt an der Regierung beteiligt, dann nur im Rahmen dieser Weimarer Koalition mit dem Zentrum und mit der DDP. Übrig geblieben aus diesem Winter ist dieser Teil des Berliner Schlosses. Das Berliner Schloss wurde im Zweiten Weltkrieg sehr stark zerstört und dann in den 50er Jahren von der DDR-Regierung gesprengt. Die DDR-Regierung, also der erste sozialistische Staat, sich sozialistisch nennende Staat auf deutschem Boden, knüpfte an an die Tradition der KPD, der Revolution und das Hohenzollern-Schloss, was sowieso also in Ruinen lag, wurde weggesprengt. Aber dieser Teil, dieser Balkon, davor stand also der Karl Liebknecht am 9. November 1918 und verkündete die erste freie sozialistische Republik Deutschlands. Dieser Teil des Schlosses wurde liebevoll restauriert und eingebaut in das Staatsratsgebäude der DDR, wo also ein Teil der Regierung, der entscheidende Teil der Regierung, seinen Platz hatte. Das ist heute noch sichtbar, so wie man es hier auf dem Bild sieht, am Schlossplatz in Berlin. Das Gebäude wurde mittlerweile saniert von der Bundesregierung und jetzt befindet sich darin eine private Hochschule für Management. Wir wollen hoffen, dass Karl Liebknecht das im Grabe nicht umdreht, wenn er das hört. Das ist heute noch sichtbar, dass Karl Liebknecht das im Grabe nicht umdreht.